Wie geht es weiter? Für Anleger ist das die Frage aller Fragen. Nicht nur heute Abend, sondern täglich. In diesem Finanzen-Net-Webinar wollen wir uns um eine Antwort bemühen und Ihnen, liebe Zuschauer, den Weg in die kommenden Börsenwochen, ja vielleicht sogar Börsenmonate, weisen. Wie also stehen nach den Quartalsbilanzen die Aktien? Was heißt das im Detail für das Börsenfinale in diesem Jahr? Und wie könnte es 2019 weitergehen? Im Zentrum der kommenden 60 Minuten stehen die Analysen zu Daimler, Apple und Deutsche Bank. Aber auch die aktuelle Entwicklung an den weltweiten Börsen soll auf keinen Fall zu kurz kommen. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Online-Seminar. Mein Name ist Markus Gentner und ich bin Ihr Moderator bei dieser, wie ich finde, sehr spannenden Veranstaltung. Wie Sie bereits sehen können, haben wir heute mal wieder ein Experten-Trio zu Gast, das ich nun auch direkt begrüßen möchte. Hallo Daniel Saurens, Egmont Heidt und Sebastian Bläser. Willkommen zu diesem Webinar am Montagabend. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo allerseits. In der Reihenfolge waren das jetzt Herr Saurens, Herr Bläser und Herr Heidt. Vor zwei Wochen, meine Herren, hatten wir bereits das Vergnügen miteinander. Dennoch möchte ich Sie bitten, sich mit zwei oder drei Sätzen unserem Publikum kurz vorzustellen. Herr Bläser, wollen Sie beginnen? Sagen Sie doch bitte etwas zu sich und Ihrer Arbeit. Sehr gerne. Mein Name ist Sebastian Bläser. Ich bin bei der Hypo Vereinsbank im Team One Markets zuständig im Bereich Derivate, also sprich Zertifikate und Optionsscheine. Ich verfüge mittlerweile fast über 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich Investment Banking und seit über 20 Jahren auch selbst an der Börse aktiv. Vielen Dank, Herr Bläser. Herr Saurens, was müssen unsere Zuschauer über Sie wissen? Ja, ich will es, da die Märkte so spannend sind, ganz kurz machen. Wir sind ein Team von sieben Leuten allesamt, bis auf meinen Bruder, ehemalige Redakteure der Financial Times Deutschland und auch ehemalige Banker zum Teil. Und wir kümmern uns um Anlage- und Investment-Ideen aus allen möglichen Ecken und haben mit Feingold Research eine Research-Plattform, in der wir Ihnen all das liefern und ja, alles andere, wie wir die Märkte einschätzen, hören Sie jetzt im Webinar. Darauf sind wir sehr gespannt. Zuvor, Herr Heitz, dürfte ich Sie auch noch bitten, zwei Sätze zu sich zu sagen? Gerne. Ich habe im Jahr 2000 als Redakteur bei Börse Online angefangen und als dann Börse Online im Frühjahr 2013 wieder nach München verkauft worden ist, habe ich mich selbstständig gemacht und bin seitdem freier Journalist und arbeite hauptsächlich oder viel auch für Feingold Research. Bitte. Vielen Dank, meine Herren. Wir gehen heute direkt in Medias Res, weil wir mal wieder sehr viel vorhaben. Einen kleinen Hinweis möchte ich Ihnen, verehrte Webinar-Teilnehmer, aber noch schnell geben. Sie können uns bei Fragen oder Verständnisproblemen während des Webinars anchatten. Einige Ihrer Fragen werde ich direkt aufgreifen und an unsere Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir, die meisten von Ihnen kennen das, Stammzuschauer von Ihnen, in einer Fragerunde gemeinsam noch offene Fragen klären. Und nun beginnen wir bei Ihnen, Herr Saurenz. Wie geht es am Aktienmarkt weiter, ist die spannende Frage. Wir freuen uns auf die Antworten unseres Experten-Trios. Herr Saurenz, Sie dürfen sehr gerne übernehmen. Genau, das mache ich. Und ich knüpfe mal an an unser Webinar vom letzten Mal von vor zwei Wochen. Da habe ich Ihnen nähergebracht, dass wir bei Feingold Research ja auch einen Exklusivbereich hatten und habe Ihnen so ein bisschen was erzählt über die Investitionsquoten 2018. Dass wir lange sehr stark unterinvestiert haben, also unterinvestiert waren, also hohe Cash-Positionen gefahren hatten an den Märkten. Sie bekommen übrigens den Link dahin über feingoldresearch.com und dann hier einfach in dem ersten Beitrag, den ich Ihnen angelegt habe, klicken. Das ist mal so unser Favoriten-Defensiv-Depot gegen den DAX in der Übersicht über die letzten Jahre. Und dieses Jahr liegt der DAX ja, ja, heute Nachmittag waren es so 12%, 13% hinten. Unser Depot liegt 7% vorne, also es macht ein Gap von 20. Und vielleicht ein kleiner Mutmacher für alle. Im Gegensatz zu vor zwei Wochen bin ich noch optimistischer geworden. Noch optimistischer. Bei Hegmund wird das wahrscheinlich später etwas anders sein. Aber, wie kommt jetzt die Polizei? Die holen mich nicht ab wegen zu optimistischen Aussagen, sondern ich glaube, die, okay, sie sind schon weg. So, genau, ich bin noch optimistischer geworden. Das hat mehrere Gründe. Fangen wir mal an. Der Markt ist nach wie vor extrem pessimistisch. Das sieht man hier am Fear and Greed Index, exemplarisch von CNN. Wir haben immer noch Extreme Fear, einen Stand von 9 auf einer Kategorie von 0 bis 100. Das hatten wir auch vor einem Monat und vor einer Woche. Vor einem Jahr waren wir bei 44. Vor drei Monaten waren wir auf Extreme Greed. Klar, da stimmte der Trend noch. Da waren die Märkte aber viel teurer als jetzt. Börse ist verrückt. Wer das bezweifelt, guckt sich mal an. Wer sich mit Bitcoin beschäftigt. Im Januar waren alle happy. Da war die Stimmung super. Wo der Kurs damals war, jetzt sind alle bärig. Wo der Kurs jetzt ist. Das nur als Beispiel. So, und jetzt will ich Ihnen mal erklären, warum das so ist. Für mich geht es nämlich bei Feingold Research nicht darum, die Märkte wahr zu sagen, vorher zu sagen, was auch immer. Ich finde immer, wenn man viele, vor allem technische Analysen liest, dann liest sich das danach immer. Ja, es ist XY passiert, weil. Ja, im Nachhinein zu sagen, warum irgendwas wohin gefallen ist, das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Für mich geht es darum, im Vorhinein zu sagen, wie das Chance-Risiko-Verhältnis aussieht. Danach sollte man Märkte beurteilen und Investment. Nur darum geht es. Denn, ich habe ja auch mal BWL studiert, alle Informationen, zumindest bei großen Aktien, sind für meinen Dafürhalten im Markt eingepreist. Alle Informationen. Das heißt, egal was wir tun am Markt, wir handeln im Grunde die Akteure und handeln, ob die zu optimistisch oder zu bärig sind. Nichts anderes. Ich kann Ihnen zu Wirecard jede Information gerade geben, die Sie wollen. Die ist alle im Kurs drin. So. Nun zeige ich Ihnen aber einmal ein Investment oder ein Produkt, das für unser Fine Gold Research Depot quasi hervorragend geeignet wäre und bei dem ich Ihnen sage, einfach ganz neutral, das ist für mich hervorragend aus Chance-Risiko-Sicht. Es handelt sich um ein Bonus-Zertifikat auf dem DAX. Ich habe Ihnen mal was ganz Simples rausgesucht. So. Von der Uni Credit, HX0GRD, das ganze Papier, hat eine Barriere von 10.250 Punkten, also 1.000 Punkte Luft ungefähr, wirft bei einem Cap bei 12.500 Punkten 9,9% Bonus-Rendite PA ab. So. Wird diese Bonus-Barriere halten? Weiß man nicht. Warum ist das? Warum ist das aber ein gutes Produkt? Es kostet 112,55 Euro. Übersetzt in Punkten 11.255 Punkte. Also genau das, was der DAX jetzt kostet. Mit anderen Worten, ich bekomme 10% Seitwärtsrendite bei einem Risiko, das exakt auf dem des DAX liegt und das Ganze bei einem Barrierenabstand von nochmal 1.000 Punkten. So. Der DAX wirft im Schnitt oder Aktien werfen im Schnitt 6-7% ab PA an Rendite. Das heißt, ich kriege sogar bei Puffer 3% mehr Rendite als im Schnitt der Markt mir liefert. Das sage ich aus Choms-Risikosicht, wenn ich so ein Produkt in die Finger kriege, hervorragend. Besser kann es überhaupt gar nicht kommen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir eine sehr hohe Volatilität haben am Markt. Wir haben sehr viel Angst gerade. Das wirkt sich bei Ihren Anlageprodukten, die Sie aus diesem, ja mittlerweile Millionen-Universum auswählen können, prima aus. Restlaufzeit übrigens Ende Dezember nächsten Jahres. So. Was passiert jetzt? Alle sind ja immer gerade in so einer Phase jetzt sehr nervös und überlegen, ach, was ist denn mein Risiko? Das soll man nie verschweigen. Der DAX, wir sagen mal, es kommt richtig dicke in den nächsten 12 Monaten, fällt auf 8.000 Punkte. Dann ist natürlich diese Barriere hinfällig, die ist gerissen. Das Papier steht aber dann ziemlich genau bei 80 Euro. Also genau da, wo auch ein DAX Indexpapier stünde. Das bedeutet, ich kriege diese Bonuschance im Moment kostenfrei, wenn man das so will, obendrauf, wenn ich eben nicht gieriger bin als 9,9% PA. Das war hier rechts angegeben. So. Damit will ich dieses Produkt jetzt mal gut sein lassen. Wir können das übrigens, da wird Sebastian später noch was zu sagen. Ich glaube auch bei GetTex, aber auf jeden Fall auch über Floribus, sogar kostenfrei traden, da haben Sie nicht mal Gebühren. Das aber meine ich mit Chance-Risiko-Verhältnis und einfach der Herangehensweise an den Markt. Natürlich haben Sie die Chance zu sagen jetzt, mir ist das alles am Markt viel zu hektisch und viel zu unsicher. Und ich glaube ohnehin, wenn man hier auf den Trading-Disk guckt, der DAX steht bei 11.215 Punkten. Das geht alles noch viel tiefer. Dann fahren Sie ja eine Aktienquote auf Null. Und wenn wir ja wüssten, wie das uns manche Glauben machen wollen, dass es nach unten geht, dann müsste man ja theoretisch sagen, ach, ich stecke mal ein ganzes Geld in den Turbo-Short. Macht aber keiner. Weil natürlich immer danach diejenigen, die einem erzählen, warum was passiert ist, das dann nachtun. Das heißt, Herangehensweise für mich immer im Vorhinein gucken, was könnte passieren, wie ist Chance-Risiko-Verhältnis. So. Und warum bin ich jetzt noch optimistischer? Schauen Sie mal heute auf den Markt. Können Sie ja hier auf dem Trading-Desk sich auch mal die Indizes durchspielen. Schauen wir nur mal hier Richtung Nasdaq, also US-Tags. Heute massiv unter Druck. Wir haben da Ausverkaufslevels oder ich will nicht sagen Ausverkaufslevel, aber Zwischenausverkauf jetzt bei Apple wieder. Da werden die Nachrichten schlechter. Auch da konnte man mit ein bisschen Fantasie in den letzten Wochen schon was voraus an. Also Nasdaq wird gerade ziemlich gestutzt. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, was uns noch fehlt so ein bisschen an Ausverkauf ist, dass die US-Tags, die großen Funks leiden. Facebook, Apple, Google und auch Netflix haben schon gelitten. Ich finde das hervorragend heute, dass Nvidia nochmal richtig auf die Mütze bekommt. Einer der überteuersten Titel der letzten zwölf Monate meiner Ansicht nach gewesen. Genauso überteuert wie übrigens eine Wirecard. Das hat bei uns den Hintergrund, dass wir im Favoritendepot zum Beispiel bei 185 einen Discount-Put auf die Wirecard eingebucht haben, als alle noch mega bullig waren. Ich habe heute gesagt bei uns im Team, das war ein Fehler von mir. Das war Quatsch, den Discount-Put zu kaufen. Ich hätte einen normalen Turbo-Short nehmen sollen. Aber, es war ein bisschen im Halbscherz gemeint, aber damals waren wirklich alle dermaßen bullig auf Wirecard. Der Vorstand hat noch im Spiegel erzählt, was er alles erwarte für so ein Unternehmen. Das sind immer hervorragende Anzeichen einer Übertreibung. So, und wenn Sie jetzt gucken wollen und sagen, ja, das ist jetzt im Nachhinein gesagt, wo haben wir denn im Moment Übertreibungen? Ich habe heute Nachmittag einen Artikel fertig gemacht für die Welt, für welt.de. Okay, Cannabis-Aktien. Mega gehypt. Ich würde da ein Fondsrisiko-Verhältnis von 90 zu 10 ausmachen, dass die auf den nächsten 12 Monaten eine verdammt gute Verkaufsposition sind. Der Egmont hat heute Teile von dem Artikel zugeliefert und Egmont, ich glaube, du hast bei einer dieser Cannabis-Aktien KGV von 212 ausgemacht und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 80. 80. Ich habe dann mal geschaut, BMW hat Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5. Die liefern Ihnen allerdings auch 5% Dividenden-Vendite, die Cannabis-Aktien keine Dividenden und BMW ist natürlich total unsexy und Old Economy und hat auch ein KGV von 6. Sie merken meine Ironie. Also so gehe ich an Aktienmärkte ran und ich gucke immer und versuche, den Markt und die Akteure zu lesen. Wer trete gerade völlig durch und kauft irgendeinen Schwachsinn vom Markt weg und wirft mir aber Qualität hin? Im Grunde ist es nichts anderes als dieser Oldschool Warren Buffett-Ansatz. Schauen Sie sich das an, was der gemacht hat in den letzten 10 Jahren. Der hat Goldman gekauft, er wollte kein Schwein-Goldman-Aktien haben. Er hat sie wieder gegeben, als alle auf einmal heiß wurden auf Banken. Ich finde, so muss man Börse anpacken. Und wenn man jetzt in den DAX guckt, das ist der Grund für meinen Optimismus. Da finde ich eine Bandbreite an Aktien von BASF über eine BMW, über sogar eine Infineon oder eine SAP, wo ich sage, da kommt Qualität zu gerupften Kursen, vielfach zu halbierten Kursen und ich kriege trotzdem sehr, sehr gute Unternehmen und noch obendrein sehr starke Dividendenrenditen. Was will man eigentlich mehr? Ja, so. Und jetzt schauen wir noch drauf, warum oder was da noch dazukommen könnte oder wie Sie solche Märkte lesen. Weiteres Beispiel für unser Favoritendepot. Nach dem Spiel gegen die Bayern, oder ich glaube, nee, zwei Tage vor dem Spiel gegen die Bayern, sind wir short gegangen, short wohlgemerkt, in der Aktie auf Borussia Dortmund. So. Es waren zwei, drei Tage zu früh, ist aber kein Problem. Timing bei short ist ohnehin relativ kompliziert. Aber was ist der Gedankengang? Stellen Sie sich vor, Sie sind ein oder zwei Tage vor dem Spiel gegen Bayern München. Ich habe damals sogar gedacht, dass Dortmund nicht gewinnt. Das muss man dazu sagen. Aber was ist in dieser Aktie eingepreist gewesen? Meisterschaft, Qualifikation Champions League 2019, 2020, Qualifikation Champions League für die nächste Runde, ein perfekter Kader, hohe Transfererlöse. Transfererlöse. Jetzt können Sie überlegen, das ist eine ganz normale Aktie, aber das können Sie auf jede Aktie dieser Welt machen. Was zur Hölle hätte beim BVB Positives noch oben drauf kommen sollen? Was soll noch oben drauf kommen? Klar, die können auf einmal einen Investor aus Asien finden, der Ihnen 500 Millionen reinschießt, dann ist die Aktie noch teurer. Natürlich. Aber die war schon bei einer Milliarde Market Cap. Im September haben wir Juventus Turin geshortet. Warum? Weil jeder nur noch über Juve und Ronaldo geredet hat, obwohl dieses Unternehmen völlig defizitär ist. Es war absurd. Der Börsenwert war absurd. So. Und wenn Sie jetzt den DAX mal durchgehen hier auf dem OneMarkets Desktop und Sie fragen, welche Aktie könnte denn für die nächsten zwei, drei Jahre noch in Turbulenzen kommen, wo Ihnen aber jeder Chart-Techniker jetzt sagt, ja, die sieht ja noch toll aus. Übrigens, die Chart-Techniker bei Wirecard bei 190, alle gesagt, einsteigen. Wer da mit Turbulenzen eingestiegen ist, bis Hebel 5, alle ausgenockt. Alle. So. Wenn Sie eine Aktie da suchen und jetzt so ein bisschen meinen Gedankengang erahnen, welche könnte das sein? Ich sag's Ihnen. Adidas. Warum? Trendfolger lieben Adidas. Die Aktie ist noch stabil. Die steht schon hoch. Über 200 Euro. Kaum zurückgekommen. Super stark. Relativ stark sogar. Wenn ich aber jetzt der Argumentation, der ganzen Skeptiker folge und sage, ja, die Weltwirtschaft schlägt sich ab, dann legt Brief und Siegel, Chance-Risiko-Verhältnis wieder 80-20. Dann entzieht sich der komplette Markt an Großunternehmen einer Wirtschaftsflaute weltweit. Und Adidas ist dann das einzige Unternehmen, das sich dagegen stemmt. Also die Leute kaufen keine Autos mehr. Die kaufen, wir können ja hier mal durchgehen, die verschicken bei der Post weniger Pakete. Die bauen weniger bei Heidel-Zement. Sie kaufen weniger Chips für die Autos bei Infineon. Bei SAP wird auch weniger gemacht. Aber Turnschuhe kauft jeder. Bis zum Umfallen. Ironie auf. So gucke ich mir Märkte an und deswegen wäre Adidas die Nummer 1 für mich. Wenn man davon ausgeht, dass die Weltwirtschaft kollabiert, Klammer auf, gehe ich gar nicht davon aus, Klammer zu, die ich nicht im DAX kaufen würde. Nicht kaufen würde. So, und damit gebe ich jetzt mal an den Sebastian. Der kann nämlich vielleicht nochmal auf das DAX-Bonus zurückkommen und vielleicht erklären, warum man so ein Produkt daneben, das ja den ganzen DAX abbildet, so schön erwerben kann und vor allem kostenfrei erwerben kann. Das bin ich Ihnen nämlich noch schuldig als Erklärung. Da gehen wir schon das erste Mal auf Floribus ein. Und vielleicht, Sebastian, kannst du noch was sagen? Wohler im Cap-Bonus-Zertifikat, warum das gut sein kann. Ähnliches trifft ja auch bei Discount-Zertifikaten zu. Discounter und Cap-Bonus sind sich recht ähnlich. Aktienanleihen oder Indexanleihen übrigens auch. Wohler ist da positiv. Ja, Daniel, vielen Dank. Sage ich gerne was zu. Sei nochmal so nett und gib mir nochmal kurz die WKN von dem Bonus-Zertifikat. Die habe ich gerade nicht mehr parat. Wenn du sie noch hast. Ansonsten fange ich schon mal an. Ich weiß nicht, wer von Ihnen... Sorry, ich war schon... Sorry. Warst du die noch? Ja, ja. HX-0-G-R-D. G-R-E. Nee, nee, D. G wie Dora oder Daniel. Okay, HX-0-D-R-E. Vielleicht sage ich nochmal kurz auch was zu Bonus-Zertifikaten. Ich weiß nicht, wie vertraut Ihnen diese Produkte insgesamt sind. Also, es sind eben von uns angebotene Finanzprodukte... Nee, nee, Entschuldigung. HX-0-Gustav-Richard-Daniel. G-R-D. Vielen Dank, G-R-D. Also, Bonus-Zertifikate funktionieren so, dass sie mit einer Barriere ausgestaltet sind und eben einem Bonus-Level. Und dann unterscheidet man nochmal zwischen sogenannten Cap-Bonus-Zertifikaten und klassischen Bonus-Zertifikaten. Hier, was Daniel vorgestellt hat, das Produkt, da handelt es sich um ein sogenanntes Cap-Bonus-Zertifikat. Und das erklärt auch ein bisschen, warum sowas funktionieren kann. Dass sie nach unten eigentlich, ich kriege es jetzt gerade nicht aufgerufen, aber die Barriere war, glaube ich, bei 10.250, dass sie nach unten quasi noch abgesichert sind bis 10.250, aber nach oben entsprechend, ich glaube, du hast es auf OnVista aufgerufen, dann rufe ich das nochmal kurz auf OnVista auf, aber nach oben entsprechend eben 10% Rendite Möglichkeit haben, woran das eigentlich liegt. Und da ist es einfach so, dass es eben ein Cap gibt und sie eben die weitere Kursentwicklung aufgrund dieses Caps eben limitiert ist und aufgrund dessen, dass sie eben nicht mehr als 10% verdienen könnten, nutzen wir als Bank eben bestimmte Optionskomponenten. In dem Fall verkaufen wir beispielsweise eine Option auf den DAX, um diese Prämie zu vereinnahmen und um diesen Mechanismus letztendlich zu finanzieren. Und das ist eben auch der Grund. Vielleicht würde, wenn der Herr Gentner so nett ist, wieder auf Daniels Screen umzuswitchen, weil ich habe irgendwie gerade anscheinend mit dem Internet Probleme. Dann kann Daniel das nochmal aufrufen, das Produkt. Na klar, Herr Bläser, das mache ich natürlich sehr gern. Herr Saurins, Sie hören uns, Sie sind aber noch auf stumm. Sie dürfen sich gerne wieder einschalten oder zumindest haben wir Ihr Bild. Das ist ja schon mal was. Herr Bläser oder Herr Saurins? Sag das Bild, mach nur weiter. Genau. So, und wir sehen also hier einen Cap bei 12.500 und eine Barriere bei 10.250. und letztendlich die Finanzierung dieses Mechanismus funktioniert dadurch, dass ich eben durch das Cap eine begrenzte Kursmöglichkeit nach oben habe. Ich erkaufe mir also quasi diese Rendite durch die Tatsache, dass ich bereit bin, oben ein Cap aufzugeben. Und so funktionieren eigentlich Zertifikate. Es ist letztendlich nichts anderes als eine Ummodellierung des Chancen-Risiko-Verhältnisses. Und deswegen sind solche Mechanismen möglich. Und es gibt natürlich auch sogenannte Reverse-Bonus-Zertifikate, wo ich das Ganze dann umgekehrt spielen kann, wo ich eben die Möglichkeit habe, eben auch an bestimmten Fallenentwicklungen nach unten entweder zu partizipieren oder eben eine Barriere habe, die weiter oben liegt. Auf jeden Fall Renditemöglichkeiten habe, auch in fallenden Märkten. Und das ist eben der Vorteil von Zertifikaten gegenüber der Direktanlage, dass ich auch in Seitwärtsmärkten, in leicht fallenden Märkten entsprechend eine Rendite verdienen kann und eben ein leicht verändertes Chancen-Risiko-Verhältnis habe. Wenn Sie entsprechend sich beschäftigen wollen mit den Produkten, können wir auf unserer Internetseite, Daniel, du musst leider so nett sein, auf deinem Screen mal auf unsere Website zu gehen, weil ich habe tatsächlich komischerweise gerade Probleme mit dem Internet. und da mal unter Service zu zeigen, dass man sich entsprechend auch im Bereich Wissen hier informieren kann über die Produkte. Das heißt, wenn Sie was wissen wollen über Bonus-Tätik, öffne das PDF mal nicht, weil das ist 10 MB groß. Auf jeden Fall haben Sie eine sehr umfangreiche Möglichkeit, sich entsprechend über die Produkte auf unserer Website zu informieren, auf onemarkets.de. Natürlich können Sie auch unter dem Menüpunkt Kontakt, Daniel, geh mal bitte auf Service und Kontakt, der Daniel muss jetzt hier ein bisschen für mich klicken, weil ich hatte gerade wirklich Probleme, die Website zu öffnen. Also, wenn Sie Fragen haben zu Produkten, können Sie uns natürlich jederzeit kontaktieren, per E-Mail oder anrufen. Was ich aber eigentlich noch gerne erzählen möchte, ist ein neuer Service von uns und Daniel, ich brauche noch letztes Mal eine Hilfe genau auf Cashback-Trading und da kannst du einfach das Video mal starten, während ich dann nebenbei erzähle. Das ist also ein Erklärvideo, wie dieses Cashback-Trading funktioniert. Also, was ich eigentlich erzählen wollte, ist eine Innovation von Hypovereinsbank OneMarkets, eben, Sound ist nicht so wichtig, ich glaube, das klappt auch nicht, das zu übertragen, eine Information von Hypovereinsbank OneMarkets, dass Sie eben, egal bei welcher Bank Sie traden und auch egal über welchen Börsenplatz, ob börslich oder außerbörslich, die Möglichkeit haben, pro Trade einen Cashback zu bekommen. Und das funktioniert so, dass Sie, und Sie sehen das hier auch ganz schön in einem Video, dass Sie eine App herunterladen, diese App heißt Floribus, das ist eine sogenannte Multi-Banking-App, Multi-Banking-App, wo Sie Ihre Konten mit verknüpfen können, Sie können auch damit mehrere Konten verknüpfen, Sie können auch zum Beispiel Immobilien oder Versicherungsverträge und anderes darüber verknüpfen. Das ist also ein unabhängiger Anbieter, der mit der Hypovereinsbank, wir arbeiten zusammen, aber der ist eigenständig und unabhängig und hier können Sie nach Installation dieser App und nach Eingabe Ihres Kontos erkennt diese App quasi automatisch, wenn Sie ein HVB-Produkt gehandelt haben. Und dann können Sie ganz einfach im Bereich Liquidität im Menüpunkt dann, wenn Sie ein HVB-Produkt gehandelt haben, einen Cashback anfordern. Sie sehen das da im Video, Cashback anfordern, dann geben Sie, klicken Sie das nochmal an, dann müssen Sie beim ersten Mal einmalig nochmal Ihre Daten eingeben, das hat aus Gründen der Regulierung und Geldwäsche, muss man nochmal einfach seine Daten einmalig eingeben, aber nur beim ersten Mal, dann fordern Sie den Cashback an und Sie bekommen automatisch innerhalb von weniger Tage, wenigen Tagen, eine Gutschrift auf dieses Verrechnungskonto, wo auch der Trade drüber gelaufen ist. Da müssen Sie nichts mehr machen, das wird automatisch an Sie überwiesen und wir erstatten Ordergebühren in Höhe von bis zu 50 Euro. Sie können auf dieser Internetseite bei uns, also auf onemarkets.de unter Service an diesem Cashback-Trading sehen Sie die einzelnen Gebührenmodelle bei den unterschiedlichen Banken und da können Sie dann sehen, wie bei den entsprechenden Banken, wie viel wir erstatten, also maximal 50 Euro, wenn Sie beispielsweise bei Quartal-Consors ein Konto haben, dann können Sie beim Trade ab 20.000 Euro, könnten Sie, würden Sie bereits 50 Euro erstattet bekommen als Cashback und beim Kauf oder Verkauf, das ist auch egal und im Monat gibt es ein maximales Limit aktuell auch wieder wegen der Geldwäsche an 250 Euro, was wir auszahlen können, aber es kann über die Folgemonate dann abgetragen werden. Das heißt, wir können pro Monat nicht mehr als 250 Euro auszahlen, aber über die Folgemonate entsprechend ist dies möglich. Vielleicht abschließend nochmal, weil das hatte Daniel auch erwähnt, nochmal kurz was zur Volatilität bei Bonus-Zertifikaten, da hatte ich mich noch nicht zu geäußert. Wir haben jetzt ein Umfeld im Markt, das schon ein bisschen nervöser ist und die Preisbildung von Zertifikaten und auch Optionsscheinen hängt sehr stark ab von der sogenannten impliziten Volatilität, das ist also die erwartete Schwankungsbreite des Marktes in Zukunft. Vielleicht haben Sie schon mal vom VDAX oder VDAX New Index gehört, der misst diese Volatilitäten und da hat man so ein bisschen ein Bild und momentan sind wir in einem Umfeld, wo die Volas schon deutlich höher sind, als eben bevor diese Marktkorrektur einsetzte und höhere Volatilitäten führen bei vielen Finanzprodukten und speziell auch bei Discount-Zertifikaten, bei Bonus-Zertifikaten, aber auch vielen anderen Produkten zu verbesserten Konditionen und das ist im Moment eigentlich, was eingetreten ist, dass Sie hier attraktive Konditionen bei vielen Zertifikaten eben bekommen, weil die eben diese Volatilitäten höher sind. Eine Einschränkung gibt es bei Optionsscheinen, da ist es in der Regel so, oder nicht nur in der Regel, da ist es grundsätzlich so, je höher die Volatilität, desto höher ist eine Optionsprämie. Das kann aber auch wieder ein Vorteil sein, wenn man den Optionsschein zum Beispiel als Absicherungsinstrument einsetzt, also als sogenannte Versicherung oder Protection oder Hedge des Depots, also wenn Sie zum Beispiel ein DAX-Depot haben und sagen, ich kaufe jetzt einen DAX-Optionsschein und wenn dann der Markt fällt, ist es so, dass die Volatilität natürlich tendenziell eher weiter steigt und davon auch Optionsscheine profitieren, weil je höher die Volatilität ist, desto teurer ist ein Optionsschein und ich kann in einem Crash-Szenario oder einem fallenden Szenario zum Beispiel mit einem Put-Optionsschein, kann ich entsprechend doppelt gewinnen, zum einen, weil der Markt runtergeht und zum anderen aber auch, weil die Vola steigt. Wir sehen jetzt hier nochmal entsprechend den VDAX und da sehen wir auch, dass wir jetzt mittlerweile schon auf einem deutlich höheren Niveau sind, das ist jetzt mal eine Sechs-Monats-Übersicht, als es eben in den vergangenen Monaten gewesen ist. Immer wenn der Markt wieder korrigiert, geht die Vola hoch, aber man sieht auch, dass die Vola auch dazu neigt, wieder runter zu gehen. Es gibt auch eine Theorie in der Finanzwissenschaft, das sogenannte Mean Reversion, die besagt oder die auch, wo man auch statistisch berechnen kann, dass es einen gewissen Mittelwert gibt bei einer Vola und die Vola dazu neigt, immer wieder, und das sehen wir hier auch in den längerfristigen Schatz noch besser, immer wieder auf diesen Mittelwert zurückzugehen und deswegen kann es enorm interessant und attraktiv sein, im Umfeld an hoher Volatilität und jetzt würde ich schon sagen, haben wir mindestens mal ein Umfeld erhöhter Volatilität eben auch das auszunutzen und wie wir im Fach sagen würden, Volatilität zu schreiben, also quasi zu verkaufen und das tun Sie, wenn Sie so ein Bonus-Zertifikat einsetzen, wenn Sie ein Discount-Zertifikat einsetzen, aber auch, wenn Sie sogenannte Inline-Optionsscheine einsetzen, also es gibt hier viele Zertifikatstrukturen, wo Sie das ausnutzen können und das ist eben eine andere Anlage, als wenn Sie eine Aktie direkt kaufen, weil Sie quasi eine Komponente mit reinbringen, eines derivativen Finanzinstrument eben entsprechend der Volatilität und zusätzlich eben auch darauf eine Spekulation eröffnen und das führt dazu, dass Sie auch in Szenarien fallender Börsen oder seitwärts laufender Börsen attraktive Renditen vereinnahmen können und jetzt gebe ich wieder zurück an Daniel. Vielen Dank, Daniel, fürs quasi Durchleiten, weil ich habe hier gerade irgendwie Probleme gehabt, die Website zu öffnen. Danke dir. Ja, kein Problem, sehr gerne. Ich würde dann auch mit ein, zwei Sätzen direkt an Egmund überleiten, denn wir haben ja, glaube ich, ja genau, wir sind gerade bei Halbzeit und wir haben uns ja einige Aktien rausgesucht, die wir besprechen wollen und vielleicht schon mal als Taktgeber oder zum Lust machen. Auf unserer Partnerseite börsengeflüster.de von unserem Ex-Kollegen oder Kollegen Geryon Kruse sieht man schön die Heatmap, also den Abstand zur 200-Tage-Linie und da hat sich in Deutschland und auch in den USA sehr viel verschoben in den letzten Wochen und Monaten, also viele Werte sind unter ihre 200-Tage-Linie gefallen und die letzten Titel, die eben gelitten haben, das sind die großen Aktien und ich habe letzte Woche auf einer großen Seite irgendwo gelesen, ja, wenn die Börsen fallen, dann ist es ja klar, dann fallen zuerst die hochgewichteten und die teuren Titel und dann habe ich gestutzt und dachte, okay, derjenige hat Börse aber nicht so richtig verstanden, denn es ist normalerweise genau umgekehrt, also erst fällt das, was ja weniger wert hat, ist so richtig, dass wo heiße Luft drin ist und ganz am Ende von der Korrektur oder Zwischenkorrektur leiden eigentlich die Titel, die lange, lange sehr wertbeständig waren und das waren eben in den letzten Monaten und Jahren sogar zum Beispiel die Fangaktien mit Google, mit Apple, mit Amazon und so weiter und die, Egmont, kommen ja jetzt so langsam unter Druck, damit übergebe ich an dich und vielleicht kannst du ja mit Apple beginnen und mal so ein paar Aktien abarbeiten mit deiner Sicht und vielleicht findest ja sogar du ein paar Hoffnungsschimmer für den Markt oder kannst mal erklären, was aus deiner Sicht schon eingepreist ist. Das würde mich interessieren. Gerne. So. Ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm gut sehen. Im Gegensatz zu Daniel bin ich noch skeptischer, sage ich hier ganz offen, als vor zwei Wochen. Die Gründe sind ganz offen, weil ich einfach diese Sorgen, die viele Investoren haben, über die weltweite Konjunkturabschwächung sich tatsächlich jetzt zusehends realisieren und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Markt, der S&P 500, klar weiter unter Druck sein wird und damit den DAX nach unten ziehen wird. Gucken Sie sich mal an die heutigen Meldungen. Ich beeile mich, damit wir anschließend noch eine Menge Zeit haben. Gucken Sie sich mal an die heutigen Meldungen von Apple, dass Apple also die Produktion für sämtliche drei neuen iPhones gekürzt hat. Das zeigt also, dass es in einem Umfeld, in dem sich die Weltwirtschaft, das Wachstum der Weltwirtschaft deutlich abschwächt, nicht so eine besonders gute Idee ist, die Preise stark zu erhöhen, wo dann das einzelne iPhone 1.000 Dollar und mehr kostet. Und gucken Sie sich die zweite Meldung von heute an vom US-Häusermarkt, der NHB Housing-Markt, also der Index der Hausbaufirmen, kollabiert quasi im vergangenen Monat von 68 auf 60 Punkte. Um 16 Uhr heute veröffentlicht, gucken Sie mal, was danach beim S&P 500 und beim DAX passiert ist. Der Branchenindex der Hausbaufirmen sagt ganz klar, dieser starke Zinsanstieg, den wir haben, die US-Zinsen für Hypothekenanleihen sind ja am 6- bzw. 7-Jahres-Tief, belastet den US-Häusermarkt sehr und dementsprechend schmiert der S&P 500 danach ab. Nochmal ganz klar, welche Risiken sehe ich weiterhin ganz klar für den Markt? Das größte Risiko für mich weiterhin ist ganz klar der Handelskrieg. Der Handelskrieg zwischen China und den USA führt dazu, dass sich nicht nur die Perspektiven für die chinesische Wirtschaft deutlich eintrüben, sondern auch für die US-Wirtschaft. Gucken Sie mal an, die jüngsten Konjunkturdaten aus China, schauen Sie mal an, zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze, das schwächste Wachstum seit Jahren, ist enorme Probleme in China und wenn Sie natürlich so viele Schulden haben, gerade bei den Unternehmen und so weiter, dann bedeutet natürlich eine Abkühlung des Wirtschaftswachstums in China enorme Probleme. Das nächste Risiko in den Emerging Markets, wir haben da starke Währungsverluste gehabt, sei es bei der türkischen Lira, sei es in Argentinien, beim Peso und so weiter und all das belastet natürlich die Wirtschaft. Das zweite wichtige Thema, das zweite wichtige Thema, das ich für den Markt oder den zweitgrößten Belastungsfaktor sind die US-Zinserhöhungen, die US-Notenbank hat bei jeder Gelegenheit klargemacht, dass sie weiterhin die Zinsen erhöhen will, egal was beim S&P 500 passiert. Bisher hatten wir in den vergangenen Jahren, hatten wir immer so quasi den sogenannten FED-Put, FED-Put, wo also die Notenbank bei der kleinsten Korrektur eingeschritten ist und gesagt haben, verbal eingegriffen hat und den Markt stabilisiert hat. Seit wir den neuen FED-Chef Jay Powell haben, seit Februar, ist meiner Meinung nach ganz klar, dass er diesen FED-Put nicht mehr gibt, sondern er versucht ganz klar, meiner Meinung nach, den Aktienmarkt nach unten zu drücken, und das belastet den US-Aktienmarkt. Das Thema, das ich Ihnen nochmal ganz klar in den Hinterkopf rufen möchte, behalten Sie unbedingt die Zinsen für das Unternehmensanleihen im Auge, sowohl für Investment-Grade-Anleihen, als auch High-Yield-Anleihen. Auch da haben wir diesen starken Zinsanstieg gesehen in den vergangenen Wochen und Monaten und wenn Sie natürlich die hochverschuldeten US-Unternehmen, die ja quasi Rekordschulden haben, jetzt mit steigenden Zinsen belassen, wo auch da die Zinsen dann vier oder fünf Jahre hoch sind, dann haben Sie enorme Probleme, die Unternehmen investieren weniger und dementsprechend belastet das natürlich die Wirtschaft sehr schnell und Sie können natürlich entsprechend weniger Aktien zurückkaufen. Das war ja der wichtigste Treiber für den Aktienmarkt in den vergangenen Jahren. Das heißt, dieser Zinsanstieg, den wir in den USA haben, und gerade bei den Zinsanstiegs, bei den Unternehmensanleihen, ist natürlich ein enormes Risiko, ein enormes Problem. Und wie gesagt, die Folgen sehen Sie am Häusermarkt, die Daten sind schwach, Verkäufe, neue Häuser, bestehende Häuser, die anstehenden Häuser, Verkäufe, alles, was Sie sehen, ist schwach. Und der NHB-Häusermarktindex ist auch schwach. Und das Gleiche sehen Sie am US-Automarkt, auch da seit einigen Monaten deutlich schwache Zahlen. Also die US-Wirtschaft schaut meiner Meinung nach gar nicht gut aus. Das nächste Thema, das Daniel angesprochen hat, US-Technologieaktien. Und jetzt ist dieser Sektor, der den Markt in den vergangenen Jahren nach oben getrieben hat, kommt jetzt unter Druck. Die ganze Zeit lief es noch einigermaßen, bis zur Jahresmitte, bis September teilweise, weil einfach die Investoren geglaubt haben, dass selbst diese Unternehmen, dass diese Unternehmen selbst in einem Umfeld, in dem sich die Weltwirtschaft, das Wachstum deutlich abschwächen sollte, sich die Konjunktur deutlich abschwächen sollte, das Wachstum, der von Amazon, Apple und so weiter bleiben sollte. Das war natürlich eine absolute Fehleinschätzung, wohin sollte Amazon seine Pakete liefern, wenn es auf der ganzen Welt schwieriger wird, ist klar. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Apple. Das heißt, wir haben jetzt ein Umfeld, wo sich das Wachstum, das Wachstum für eine Amazon dramatisch abschwächt, gucken Sie mal an, im zweiten Quartal Umsatzwachstum von fast 40% gegenüber dem Vorjahrszeitraum. Drittes Quartal sind wir schon unter 30% gesunken, nach der, meiner Meinung nach, sehr schwachen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft, sinkt das Umsatzwachstum laut Entschätzung der Analysten für das vierte Quartal auf weniger als 20%. Und all diese Sachen, wir haben jetzt Konjunktursorgen um China, Konjunktursorgen in den USA, die Nvidia-Aktie schmiert ab, gucken Sie mal an, in den vergangenen Wochen die ganzen Daten vom US-Halbleiter-Sektor, Advanced Micro Devices, Texas Instruments, ein Unternehmen nach dem anderen schickt eine Gewinnwarnung und dementsprechend diese zyklischen Sektoren, wenn diese zyklischen Sektoren und der Halbleiter-Sektor ist der zyklische Sektor überhaupt, wenn die unter Druck kommen, dann haben wir natürlich enorme Probleme und das habe ich versucht aufzuziehen. Das nächste Risiko, ganz klar ein Risiko Brexit, keiner weiß, wie es da ausgehen wird, wie es geht weiter mit Theresa May, zuletzt ist Brexit-Minister Dominik Raub zurückgetreten, also da ist alles im Fluss. Wenn es zum harten Brexit kommt, also zu einem Brexit, ohne dass da irgendwas geregelt ist zwischen der EU und Großbritannien, dann hat das natürlich enorme negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, also auch das ein Belastungsfaktor. Und der letzte Punkt, den ich ja auch nochmal klar anführe, gucken Sie sich mal die ganzen Einkaufsmanager-Indizes an, für Deutschland, alle deutlich auf dem Weg nach unten, gucken Sie sich mal an, die Einkaufsmanager-Indizes für Italien zum Beispiel, sowohl für den Dienstleistungssektor, sowohl für die Industrie, unter die 50er-Marke gefallen, das heißt, signalisieren bereits eine Schrumpfung der italienischen Wirtschaft, gucken Sie sich mal an den Einkaufsmanager-Index für die weltweite Industrie, auch der deutlich auf dem Weg nach unten, das heißt, wir sind in einem Umfeld, in dem sich die Konjunktur weltweit deutlich abschwächt, vor allem wegen des Handelskriegs und den US-Zinserhöhungen und es sorgt für enorme Probleme. Das war mal so ein Vorab von mir, paar Minuten, wenn Sie möchten, kann ich auch gleich mit Apple weitermachen, ansonsten kann ich gerne nochmal an jemanden von Silber geben, bitte. Ja, Herr Heidt, vielen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Bemerkungen zu den Risiken, jetzt muss ich in das Plenum fragen, Herr Saurinz, haben Sie noch was auf Lager oder soll Herr Heidt direkt mit Apple weitermachen? Apple ist so spannend, Egmont, hau rein. Gerne, gerne. Also, dann fahr konkret zu Apple, also ich bin ganz gleich, sag's mal klar ab, ich bin ganz klar bärisch für sämtliche Fangaktien, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, egal welche, weil sie in einem Umfeld, in dem sich die Konjunktur abschwächt, aus zwei Seiten Gegenwind bekommen, das Wirtschafts- oder das Wachstum, Umsatzwachstum, gerade von Amazon und so weiter, ist deutlich niedriger als vorher und das belastet die Aktiennorm und auf der anderen Seite sinkt natürlich die Bewertung, weil die Investoren sagen sich, wenn das Umsatzwachstum im zweiten Quartal bei 40 Prozent war und jetzt gehen wir auf 20, dann sinkt natürlich auch mal schnell das KGV und dementsprechend ist der Aktieunterdruck klar. Einzelwerte Apple, iPhone-Absatz im vergangenen Quartal, im September-Quartal 46,9, erwartete waren 48,4, das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt seit zwei, drei Jahren keinerlei steigende iPhone-Absätze mehr und das ist natürlich ganz schlecht, wenn Sie ein Produkt haben, das 60 Prozent ihres Konzernumsatzes ausmacht und da wächst nichts mehr, dann ist es natürlich nicht wirklich gut. Apple hat sich aber gesagt, wenn schon der Absatz nicht steigt, dann erhöhen wir umso stärker die Preise, also ist der durchschnittliche Verkaufspreis von Apple von den iPhones im vergangenen Quartal 793 Dollar, Wahnsinn, also ein Anstieg um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahrszeitraum, ja, das ist die Strategie von Apple. China Umsatz plus 16,4 Prozent im vergangenen Quartal, im Vorquartal waren wir bei 19,3 Prozent. Apple hat eine Menge Netto-Cash, 123 Milliarden Dollar, das habe ich Ihnen mal heruntergerechnet, 26,20 Dollar je Aktie. Prognose für das erste Quartal deutlich schwächer als erwartet und das signalisiert ganz klar, die Nachfrage nach Apple ist schwach, nach iPhone ist schwach für viele Investoren, das ist die Sorge und wenn Sie sich die heutige Apple-Meldung angucken, dass die quasi die Produktion kürzen, dann ist das natürlich alles andere als gut und was natürlich die Investoren sehr aufgeschreckt hat, Apple gibt keine Absatzzahlen mehr bekannt, das war natürlich die absolute Hiobsbotschaft, gucken Sie mal an, vor ein paar Monaten hat General Motors gesagt, sie werden keine Absatzzahlen auf Monatsbasis mehr bekannt geben, sondern nur noch Quartalszahlen, wie es der Aktie anschließend ergangen ist, können Sie sich vorstellen. Also ein ganz klaren Investor will natürlich wissen, steigt der iPhone-Absatz oder nicht, ist ja klar. Also das betrachte ich eine absolut negative Meldung, gucken Sie mal an, die ganzen Presseberichte, die ganzen Analysten, die geschrieben haben, unisono, was will Apple verheimlichen, wie schwach wird der iPhone-Absatz, wie stark sinken die iPhone-Absätze, das schürt natürlich Ängste, dass sich einfach keine Absatzzahlen mehr bekannt geben, bei iPhones, bei iPads, bei iMacs, was es dann alles gibt. KGV 14,0, damit ist Apple deutlich günstiger bewertet als der S&P 500, da sind wir ja so bei 15,5,16, also Apple ist deutlich günstiger bewertet und wenn ich diesen Netto-Cash, 26,2 Dollar je Aktie abziehe, dann ist das KGV bei Apple sogar bei 12,1. Das nützt aber nichts meiner Meinung nach, sondern ich denke, die Teilfahrt der Apple-Aktie wird weitergehen, weil einfach sich die Perspektiven eintrüben und dann ist es egal, ob Apple jetzt für 20 Milliarden Dollar im Quartal Aktien zurückkauft, das stützt die natürlich, aber wird meiner Meinung nach den Kurs, die Teilfahrt nicht verhindern können. Man muss immer notfalls die Aktienrückkaufprogramm aufstocken. Und gucken Sie mal an, Zulieferer, Apple-Zulieferer geben Gewinnwarnung ab, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Zuletzt war es Momentum, wie gesagt, suchen Sie sich irgendeinen Namen aus dem Halbleitersektor, der ein Zulieferer ist von Apple, der gibt die Gewinnwarnung ab und dann ist es einfach nicht gut. Also ich bin ganz klar bärisch für Apple, ich denke, die Teilfahrt geht weiter. So, bitte, das war es von Apple. Das war es von Apple, vielen Dank, Herr Haidt. Herr Saurinz, ich gehe davon aus, Sie machen weiter und deswegen übertrage ich Ihnen auch wieder die Rechte, um Ihren Bildschirm mit uns zu teilen. Ne, Egmont kann noch ein bisschen weitermachen, wir haben ja Einzelaktien, ich will da nicht so viel vorwegnehmen, wir hatten ja Daimler und Deutsche Bank besprochen und wollen ja auch noch zu den Fragen kommen, deswegen Egmont, Fokus auf den DAX, ich habe heute Mittag auch, waren wir in der größeren Runde zusammen auch mit mit ein paar Fondsmanagern, die dabei waren und Unisono war so der Tenor, ah, der DAX, da kommt es irgendwie gerade aus allen Richtungen, außerdem ist er eigentlich der falsche Index, auf den man in Deutschland schaut, weil er ist einfach extrem unglücklich zusammengesetzt, FAZ-Index oder auch MDAX bilden die Wirtschaft besser ab, denn im DAX habe ich natürlich die Autobauer, die Zulieferer und dann noch früher auch Banken und Energieversorger hochgewichtet und ja, so richtig sexy ist der DAX in seiner Zusammensetzung nicht, aber wie sieht es denn aus bei Deutsche Bank und Daimler? Die Bewertungen Richtung KGV sind ja ja, merklich einstellig, aber hast du da die Befürchtung, dass im KGV das G einfach zu schnell fällt? Fragezeichen? Genau, genau, das ist das Problem, vielleicht nochmal kurz einen Satz vorab, das Problem beim DAX ist, dass wir tatsächlich, so wie Daniel gesagt hat, sehr viele Zykliker haben, im DAX machen die Zykliker, also die Unternehmen aus konjunkturabhängigen Sektoren, 55 Prozent des Indexgewichts aus, das ist mehr als in jedem anderen Index der Welt, gucken Sie sich mal an, die Autoaktien, eine BASF, alles was Chemie ist, eine Infineon, Infineon, 40 Prozent des Umsatzes von Infineon stammt aus dem Autosektor und so weiter, also eine Menge Zykliker und das reißt einfach den DAX nach unten, wenn einfach die Konjunkturperspektiven so schlecht sind. Machen wir mal weiter mit Einzelwerten und ich denke, in dem Umfeld werden die Investoren ganz klar weiterhin sortieren, sie werden die Zykliker meiner Meinung nach weiterhin verkaufen und sie werden auf defensive Werte setzen, ganz klar auf defensive Werte, gucken Sie sich mal an, einer der wenigen Werte, Deutsche Telekom am fünf oder sechs Monats hoch, weil natürlich die Investoren davon ausgehen, okay, stabiles Geschäft, auch in Krisenzeiten, bei der Tochter Team Mobile US läuft es gut, Telekom profitiert natürlich von dem sinkenden Euro durch das große US-Geschäft und so weiter, also in dem Umfeld denke ich, dass viele DAX-Werte ganz klar auf Talfahrt bleiben werden, aber es doch noch ein paar Einzelwerte gibt, die nach oben tendieren. Komme ich mal zu Daimler, Umsatz 40,2 Milliarden Prognose quasi für das Gesamtjahr, vorher waren wir bei 40,7, das heißt Daimler erwartet für das laufende Jahr einen leichten Umsatz-Zurückgang, ich meine, alle wissen von Ihnen, zwei Gewinnwarnungen in dem Jahr, aber bei Daimler läuft es nicht wirklich gut, mit WLTP und Diesel-Thematik und all die Themen kennen Sie auch und das China-Geschäft und so weiter. Und jetzt sagt Daimler, Sie erwarten für das chinesische Markt für 2018 bei der Vorlage der Neunmonatszahlen, Ende Oktober, haben Sie gesagt, Sie gehen davon aus, dass der chinesische Markt im laufenden Jahr leicht wachsen wird, also diese Prognose halte ich für reine Makulatur, gucken Sie sich mal an, im vergangenen Monat, im Monat Oktober sind die PKW-Absätze oder Umsätze, Absätze, Absatz um 13% gegenüber dem Vorjahr gesunken, das war der fünfte Monat in Folge, in dem die Verkäufe gegenüber dem Vorjahrszeitraum zurückgegangen sind, das heißt, jeder Experte, der 2 und 2 zusammenzählen kann, sagt natürlich, wir werden zum ersten Mal seit 20 Jahren haben, dass der PKW-Absatz in China schrumpfen wird, seit mehr als 20 Jahren, das heißt, die Prognose von Timeline ist für mich heiße Luft und sonst gar nichts, operative Marge bei Mercedes-Benz im vergangenen Quartal auf 6,3% gesunken, also auch da läuft es nicht so richtig gut, Free Cashflow 3,9 Milliarden, das ist also die Prognose für das gesamte Jahr, KGV 6,0, also in einem Umfeld, in dem ich, das ich Ihnen aufgezeigt habe, in dem die Weltwirtschaft deutlich kräftig abspricht, Perspektiven für den chinesischen Absatzmarkt, Schwachsinn, Automarkt, Automarkt, Schwachsinn, zuletzt gab es ja mal die Meldung, dass die Regulierungsbehörde eventuell vorhat, Anfang 2019 oder vielleicht etwas später, die Steuern für den Autokauf für Pkws mit weniger als 1,6 Liter Hubraum auf 5% zu halbieren. Zuletzt ist dieser Vorschlag verworfen worden, das heißt, die Autokonjunktur in China bleibt meiner Meinung nach weiterhin schwach, gleichzeitig wird sich der Abwärtstrend in den USA beschleunigen, weil einfach die steigenden Zinsen da immer weiter durchschlagen, das heißt, wenn Sie, der chinesische Markt ist ja mit weitem Abstand der größte der Welt, das heißt, wenn diese zwei Märkte so schwach sein werden, wie ich erwarte, da wird natürlich das Geschäft von Daimler sehr trüb werden und diese Gewinnschätzung, die man jetzt derzeit von Daimler sieht, die betrachte ich als reine Makulatur, also da zähle ich nichts drauf. KGV 6, das sieht auf den ersten Blick günstig aus, ich gehe davon ganz klar aus, dass die Talfahrt von Daimler weitergeht und dann sage ich vielleicht noch einen Satz zu Infineon dazu, gucken Sie sich mal an, Infineon seit Jahres, Anfang läuft die Infineon-Aktie im Endeffekt wie der Auto-Index im Endeffekt, gucken Sie sich mal an, Stocks Europe 600 Automobils, woran liegt es, Infineon macht 40% der Umsätze im Autosektor, das heißt, wenn es bei Daimler nicht gut läuft, bei BMW, bei Conti und bei Verwene gut läuft, dann läuft es natürlich auch bei Finneon nicht gut und dementsprechend gehe ich auch ganz klar davon aus, dass die Talfahrt bei Infineon weitergeht. Bitte Daniel oder Herr Gentner oder Herr Bläser, bitte Herr Bläser, gerne auch Sie, bitte. Ja, Herr Heid, vielen Dank, Herr Bläser, wenn Sie ein Produkt haben, dürfen Sie gerne dazu was sagen, ansonsten können wir auch gerne den dritten Wert ansteuern. Ja, mache ich gerne, ich würde da gerne mal das einwerfen. Das machen wir auch. Aus der Fachseite oder aus der Produktseite, Sie brauchen übrigens ein Bildschirm nicht übertragen, da können wir gerne den Slide vom Herrn Heid nochmal kurz lassen. Grundsätzlich, was ich eigentlich nur sagen möchte, ist nochmal zu verweisen auf die Vorteile von strukturierten Produkten, also Zertifikaten und Optionsscheinen, was eigentlich gerade auch in dem jetzt skizzierten Marktumfeld sicherlich hilfreich ist. Wenn ich mich normalerweise anfange, mit der Börse zu beschäftigen, steige ich oft ein mit Investmentfonds und dann irgendwann fange ich an, Aktien zu kaufen. Es ist aber immer eine direktionale Geldanlage, das heißt, ich kann nur Geld verdienen an der Börse, wenn ich Aktien kaufe, wenn die Aktie steigt, logischerweise. Natürlich gibt es die Möglichkeit jetzt des sogenannten Short Sellings, also das heißt, eine Aktie auch zu verkaufen über einen Broker, aber das ist gar nicht so einfach, da brauche ich einen richtigen Broker, da habe ich Gebühren und das geht auch nicht bei jeder Aktie. Der Unterschied ist eigentlich von Zertifikaten und Optionsscheinen, also sprich strukturierten Produkten, dass mir wesentlich mehr Möglichkeiten eröffnet werden mit den Instrumenten. Das heißt, ich kann beispielsweise mit K.O.-Produkten auch ganz klar oder auch mit Optionsscheinen ganz klar auf fallende Kurse setzen, das heißt, ich könnte jetzt auch eine Daimler Short gehen, wie das so schön heißt in der Fachsprache mit dem richtigen Finanzinstrument. Ich kann aber auch auf Seitwärtsmärkte setzen. Wir haben ja vorhin schon so ein Bonus-Zertifikate auf dem DAX gesehen, wo ja eigentlich, das ist ein ganz klares Seitwärtsprodukt. Mit einem Reverse-Bonus-Zertifikate würde ich mich auf die Seitwärtsseite ein bisschen mehr noch mit einer, sag ich mal, bearischen Tendenz setzen, während ein klassisches Bonus-Zertifikate eher eine bullische Tendenz hat im Seitwärtsmarkt. Dann bieten wir auch sogenannte Inline-Optionsscheine an, das sind also Papiere, die haben zwei Barrieren, eine obere, eine untere Barriere, wo ich also sehr eindeutig sogar auf eine Seitwärtsentwicklung spekuliere. Das heißt, wie immer auch die Marktmeinung ist und deswegen bin ich auch eher von der Produktseite oder wir als Bank haben da eigentlich auch gar keine Meinung, wenn wir die Produkte auflegen, sondern wir möchten jedem Anleger Instrumente an die Hand geben für jedes erdenkliches Marktszenario. Es gibt keinen Markt auf der Welt, auch nur ansatzweise, der so groß und reichhaltig ist. Wir haben mittlerweile ungefähr 1,8 Millionen Produkte, das ist also mit weitem Abstand ist Deutschland hier der größte Markt der Welt, was diese Produkte angeht. Was ich immer gerne sage, ist, dass eigentlich ein Anleger in Deutschland eigentlich fast agieren kann wie so ein kleiner Hedgefondsmanager. In vielen anderen Ländern habe ich diesen Marktzugänge gar nicht. Ich kann, wie gesagt, Short gehen, ich kann auf Währungen setzen, ich kann auf Rohstoffe setzen und diese Vorteile sollten Anleger auch für sich nutzen. Natürlich muss man sich mit den Produkten beschäftigen und man muss sie auch verstehen. Die Emittenten versuchen da zu helfen, wo es geht, eben das auch zu unterstützen und wie gesagt, Sie können uns gerne jederzeit anrufen, Fragen stellen, wir erläutern, wir haben sehr viele Informationsbroschüren. Wir werden übrigens, das möchte ich auch noch ganz gerne sagen, am Freitag und Samstag in Frankfurt auf der World of Trading Messe mit einem sehr großen Bereich, das ist unser sogenannte Trader Basecamp, da wird unter anderem der Alexander Huber, der Bergsteiger, wird kommen und auch einen Vortrag halten und ich werde auch einen Vortrag halten, also wenn Sie in der Nähe von Frankfurt wohnen oder in Frankfurt oder gerne auch ein bisschen weiter weg, Frankfurt ist ja gut erreichbar, kommen Sie auch gerne zur World of Trading und informieren Sie sich über die Produkte, informieren Sie sich über die Investmentmöglichkeiten, die sind sehr reichhaltig und das sollte man nutzen und jetzt gebe ich wieder weiter an Daniel. Ja, genau, ich bin sogar laut geschaltet. Ja, Herr Gentner, vielleicht können wir ganz kurz noch die Deutsche Bank noch machen von Egmont, die fehlt noch, ich füge vielleicht einen Satz noch dazu, das mache ich aber ganz kurz, Sebastian hat die Vorzüge von Derivaten quasi angesprochen, da will ich noch ein Beispiel geben, wer mal googeln will, HX2 NRT, das mache ich mal ganz kurz, das ist ein Discon-Zertifikat auf die Deutsche Bank und das trifft mal wieder, wie man da Geld verdienen kann oder könnte, wer bis bei der Laufzeit bis Ende nächsten Jahres der Meinung ist, also der Deutschen Bank traue ich nicht viel zu, aber so eine Kursstabilisierung wird sie irgendwie hinkriegen, möglicherweise ändert sich auch was am Zinsmarkt oder die Bank kriegt den Turn, aber ich glaube nicht an viel mehr als eine Stabilisierung. Discount-Zertifikat HX2 NRT hat einen Cap bei 8 Euro, also nochmal 7% unterhalb des aktuellen Aktienkurses. Die Deutsche Bank hat eine extrem hohe Volatilität aktuell. Das führt dazu, dass mit so einem Discount-Zertifikat eine Seitwärtsrendite von 12% zu erzielen ist, also sprich, sie gegen 12% Rendite, sogar wenn die Aktie noch 7% fällt, fällt sie weiter, minimiert sich ihre oder verringert sich ihre Rendite und der Break-Even-Punkt liegt erst bei 7,13 Euro, erst ab da gehen sie in den Verlust bei der Entwicklung der Aktie. Das vielleicht mal ganz kurz als Einwurf noch, damit man sieht, so funktionieren Zertifikate, so kann man auch Risiko aus einem Depot rausnehmen, statt zum Direkt-Investment in der Aktie zu greifen, sagt man, okay, also klar, wenn die Aktie auf 15 Euro geht, ist es blöd, dann hätte sich die Aktie verdoppelt, mein Discount-Zertifikat macht aber nur 12%, das ist aber immer Chance-Risiko, wie ich sage und das ist so typisch, wie man auch sagen kann, wie Sebastian schon sagte, man agiert wie ein kleiner Fondsmanager, in dem Moment normale Fondsmanager und kein Hedgefondsmanager, aber Egmund, vielleicht kannst du noch ein paar Sätze sagen zur Deutschen. Gerne. So, ja, viele, viele von Ihnen kennen ja im Endeffekt die Thematik, da kann ich Ihnen ja auch nichts viel Neues verraten, im Endeffekt, Deutsche Bank hat weiterhin ganz klar Wachstums-Wachstumsprobleme im dritten Quartal, der niedrigste Umsatz für ein drittes Quartal seit 2010, Handelsgeschäft mit Anleihenwährungsrohstoffe schrumpft, schrumpft kräftig, so wie auch mit Aktien schrumpft deutlich und all die Probleme, die es bei der Deutschen Bank gibt, kennen sich, ich denke, das weitere Problem sind die einfach die niedrigen Zinsen in der Eurozone, die auf die Zinsmarge drücken und wenn dann natürlich viele Banken gerade in das Kreditgeschäft mit mittelständischen Unternehmen rein wollen, dann drückt das auch wieder auf die Marge und die größte Sorge ist natürlich ganz klar weiterhin die Konjunktursorge, wenn sich die Konjunktur abschwächen sollte, dann leiden natürlich so zyklische Sektoren wie die Banken ganz klar, weil dann die Investoren Sorge haben, ja, dass man eventuell jetzt höhere Rückstellungen für faule Kredite oder so machen muss oder ich muss natürlich oft meine Papiere, die ich in Besitz habe, sei es Aktien oder Anleihen oder was auch immer, Abschreibung vornehmen, all das ist eigentlich kein gutes Umfeld für Banken, also jetzt für die Deutsche Bank insgesamt und ja, ich fürchte, weil es ja auch einfach ein Zykliker bei Exzellanz ist, dass da der Druck auf die Aktie anhalten könnte, ich meine, wir sind am Rekordtief, das ist natürlich nicht gut, ich wünsche mir natürlich, dass da die Probleme gelöst werden, aber leider ist das Umfeld ziemlich schwierig für die Deutsche Bank, denke ich, bitte. Ja, Herr Haidt, vielen Dank auch für die Ausführung zur Deutsche Bank, jetzt haben wir alle Aktien besprochen, die bei uns heute im Fokus standen, Herr Saurenz, ich gehe davon aus, Sie wollen das Ganze noch rund machen und Herr Bläser, wahrscheinlich haben Sie auch noch ein Produkt für uns. Genau, wir können ja erst mal gucken, ob es Fragen gibt und vielleicht ganz kurz, ich übertrage mal meinen Bildschirm. Also wir können natürlich eine Frage kurz einwerfen, die ist gerade vor kurzem gestellt worden, Sie hatten ja eben eine WKN eines Zertifikats genannt, können Sie das, die WKN, bitte noch einmal nennen, das ist wohl ohne Bild etwas untergegangen. Ja, ja, gibt es sogar mit Service, also einfach auf www.feingold-research.com klicken, da habe ich das Bonus-Zertifikat von vorhin verlinkt, den Discounter und wer da drauf klickt, der sieht den auch hierbei und wisst da dann HX2NRT beispielhaft und viele, viele Produktideen, mehr gibt es dann natürlich auch in unserem Exklusivbereich und viel, viel Research, auch zum Häusermarkt übrigens haben wir da heute was an unsere Abonnenten verschickt, aber das hier ist auf jeden Fall das Produkt auf die Deutsche Bank, genau. Übrigens auch bei uns dann, morgen ist ja Dienstag, da gibt es dann jeden Tag, jeden Dienstag auch immer eine Übersicht über die Volatilität in DAX und Euro-Stocks, das ist ja sehr wichtig, damit man das einordnen kann, weil es gibt einfach auch Aktien, die sind, ja, gerade bei Optionsscheinen oder auch bei Inline-Optionsscheinen sehr attraktiv, weil man da sehr, sehr breite Barrierenabstände nehmen kann, eben weil die Aktien so volatil sind und das dann möglich ist, Beispiel aus den USA sind Tesla, aber auch aus Deutschland eine Wirecard, eine Infineon, eine Lufthansa, da ist schon eine ganze Menge möglich. Ja, und ansonsten, wenn noch Fragen sind, jetzt haben wir noch fünf Minuten, der Sebastian hat, glaube ich, noch eine Idee, gib die restliche Redezeit gerne an ihn. Herr Bläser, haben Sie noch ein Produkt für uns? Dann würde ich gerne den Bildschirm übertragen und Sie können uns Ihren Bildschirm teilen. So, sehen alle den Bildschirm? Das ist jetzt eine OnVista-Seite. Jawohl, den sehen wir. Ich würde vielleicht nochmal ganz gerne, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass man eben auch an seitwärts laufenden Fallenmärkten partizipieren kann, würde vielleicht auch ganz gerne dann einfach die Meinung aufgreifen von Egmund, auch wenn meine eigene Marktmeinung nicht ganz so pessimistisch ist. Ich bin eher eigentlich auf der Schiene, dass ich auch glaube, dass wir aktuell eine kräftige Korrektur sehen, die sehr, sehr gesund ist. Ich sehe jetzt noch keine Anzeichen, dass wir in eine Rezession schlittern oder in einen Bärmarkt schlittern, sondern ich sehe eher noch eine gesunde Korrektur, aber für beide Meinungen eigentlich sowohl die meinige als auch von Daniel und auch von Egmund passt eigentlich ganz gut nochmal ein Vorschlag, was eigentlich für jedes Aktiendepot hilfreich ist, nämlich auch mal Derivate oder Optionsscheine einzusetzen als ein ganz konservatives Instrument, nämlich einfach zur Absicherung. Und hier möchte ich einfach nochmal einen klassischen Put-Optionsschein auf den DAX zeigen, der mir hier einfach die Möglichkeit gibt, mich abzusichern. Und zwar, wenn ich jetzt beispielsweise ein Depot habe, das muss jetzt auch nicht unbedingt nur aus DAX-Aktien bestehen, aber ich nehme jetzt hier natürlich einen DAX, weil, glaube ich, viele Anleger auch DAX-Aktien haben. Der eine hat eine Daimler, der andere hat eine Lufthansa, der nächste hat eine Deutsche Bank. Man kann jetzt natürlich einzelne Optionsscheine kaufen auf diese Aktien, aber das wäre ein bisschen aufwendig und einfacher ist es, glaube ich, wenn man ein bisschen allgemeiner einfach sagt, okay, ich kaufe mir einen Optionsschein auf den DAX, einen Put-Optionsschein, welcher mir letztendlich hier die Möglichkeit gibt, mich abzusichern. Und da habe ich jetzt einfach mal ein Papier rausgesucht mit einem guten Halbjahr, also mit ungefähr, ja, sieben Monaten Laufzeit, also quasi Juni 2019. Und dieser Optionsschein wäre aus meiner Sicht eigentlich ein klassisches Absicherungsinstrument. Der hat einen Basispreis von 11.000 Punkten, also ist nochmal etwas, etwas unter dem aktuellen Stand, also leicht aus dem Geld spricht man in der Fachsprache davon. Und wenn ich mir das Papier ins Depot lege, als Beimischung, und zwar sollte eigentlich die Faustregel gelten, liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie jetzt die Laufzeit ist, aber, also, ein Derivat selber sollte normalerweise nicht mehr als 1% des Depots ausmachen. Wenn ich aber mein Depot absichern möchte, es gibt auch Formeln, das zu berechnen, aber zum Beispiel bei so einem Papier kann man also bis zu 5% auch reinlegen, weil ich möchte ja auch mein Portfolio absichern. Ich möchte ja auch ein Gegengewicht haben zu meinem Portfolio, wenn eben der Markt runter geht und da es also sich zwei Seiten quasi gegeneinander aufwiegen, kann man natürlich im Absicherungsinstrument auch eine höhere Depotquote hier nehmen und wenn ich also ein volles DAX-Depot habe, wenn ich das komplett absichern möchte, müsste ich sogar noch mehr Papiere kaufen, aber ich sage jetzt mal ungefähr 5% des Depot wäre es, um zumindest einen Teil des Depots abzusichern und einfach eine Beimischungsposition zu haben. Wir sehen auch, dieses Papier ist heute ungefähr 10 bis 11% im Wert gestiegen und das Papier wird auch weiterhin profitieren, wenn jetzt der Markt fällt und die Volatilitäten weiter noch steigen sollten, wird dieser Put auch profitieren. Also in einem Crash-Szenario wäre dieses das richtige Instrument, um mich abzusichern. Hier die WKN ist die HW7XE3 und quasi, ich muss immer bedenken, diese Papiere haben ein sogenanntes Bezugsfeld, das ist von hier in dem Fall 1 zu 100, das heißt, ich muss quasi 100 Scheine haben, müsste 100 Scheine haben, um einen quasi DAX abzusichern, also das heißt, 100 dieser Papiere sichern mir einen Gegenwert des aktuellen DAX ab, der aktuell leicht, also bei ungefähr 11.250 ist, das heißt, 100 dieser Papiere wären ein DAX. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt ein Aktiendepot habe im Wert von ungefähr 11.000 Euro und möchte das vollständig absichern bis zum Juni 2019, dann müsste ich 100 dieser Scheine kaufen. Und entsprechend, wenn ich jetzt ein Depot von 50.000 Euro habe, also so kann man es dann auch rechnen, ja, dann bräuchte ich nicht ganz 500, dann bräuchte ich ungefähr 450 dieser Scheine, um mich zu hatchen, wie das so schön heißt, also abzusichern und wenn es nun also hier nach unten geht, man kann das unten auch mal in diesem Szenario-Rechner dann auch sogar ausrechnen, wo quasi dann der Kurs ist, wenn zum Beispiel jetzt der DAX auf 10.000 geht, wo wird dann dieser Schein stehen, das kann man hier auch berechnen, der wird dann, also wenn der DAX 1.200 Punkte fällt, dann wird sich dieser Schein um 146 Prozent entsprechend erhöhen, wenn alle anderen Parameter bleib bleiben, aber ich würde eigentlich sagen, naja, wenn der DAX bei 10.000 steht, dann ist die Wohler wahrscheinlich eher hier so bei 22 und siehe da, da kostet der Schein dann schon über 13, also die Wohler hat auch einen großen Einfluss und ich kann hier in diesem Szenario-Rechner auch mal da ein bisschen rumspielen. also letzten Endes ist es ein Instrument, um eine Depotabsicherung zu tätigen und hier ist ein klarer Mehrwert von Derivaten und das sind nicht immer nur Zockerpapiere, sondern die können auch eine sehr konservative Anlagestrategie abbilden, wenn ich sie richtig einsetze und wohldosiert, das ist ganz wichtig, solche Papiere als Absicherung muss ich wohldosiert einrechnen, wenn ich da ein Depot von 10.000 Euro habe und ich kaufe hier 5.000 Euro, dann bin ich Zocker, ganz klar, das ist so nicht gedacht, sondern man muss natürlich derivative Instrumente wohldosiert einrechnen und dann können sie das Gesamtportfolio erheblich optimieren und das Risiko im Portfolio auch reduzieren. Ja, das möchte ich noch mal gesagt haben, dann gebe ich jetzt vielleicht noch mal an den Herrn Gentner, falls noch Fragen offen sind oder vielleicht möchten die anderen beiden dann auch noch ein Schlusswort entsprechend geben. Danke. Vielen Dank, Herr Bläser, für Ihre Ausführungen. Wir haben 19 Uhr, aber eine ganz schnelle, kurze Fragerunde kriegen wir noch hin, so viele Fragen sind auch gar nicht mehr offen. Wir haben, um das jetzt aus meiner Sicht mal zu sagen, wir haben einen großen Pessimisten für die Zukunft an den Märkten, das ist Herr Heid. Er rechnet weiterhin damit, dass es jetzt nach diesem kleinen Zwischenhoch wieder abwärts geht und Herr Saurenz sagt, im Vergleich zu der Veranstaltung von vor zwei Wochen, es ist jetzt noch besser einzusteigen und Herr Bläser, ich habe das so verstanden, dass Sie so ein bisschen dazwischen stehen, aber eher positiv gestimmt sind. Insofern wäre jetzt meine Frage, die müsste dann an Herrn Saurenz gehen. Wir haben nämlich aus dem Plenum die Frage, gibt es denn auch positive Aktientipps? Wir haben ja jetzt die Negativbeispiele gehabt. Gibt es denn positive Aktientipps? Natürlich gibt es auf dieser Welt sehr, sehr viele Aktien, aber vielleicht jetzt aus dem Universum, das wir heute besprochen haben. Herr Saurenz, haben Sie denn irgendwas Positives, was Sie empfehlen können, was man jetzt kaufen könnte? Selbstverständlich habe ich was, was ich empfehlen kann und da finde ich, muss man sich eigentlich nur drei Sachen vergegenwärtigen. Punkt eins, wir haben in Europa immer noch einen risikolosen Zins von null. Das bedeutet, ich kriege keine Rendite ohne Risiko. Im Gegensatz dazu kriege ich etliche DAX-Aktien, wie ich gesagt hatte, zu einer Dividendenrendite von 5%. Firmen, die in der Krise, kann man noch nicht mal sagen, die leicht angeschlagen sind, da brauchen wir nur nehmen BMW, Daimler, Allianz, Münchner Rück. Es ist kein Best-Case-Szenario, aber es ist schon viel Negatives eingepreist. Bei den Aktien kriege ich 5% Dividendenrendite. Was für ein Traum. Deutsche Qualität für so geringes Geld. Punkt zwei, Aktien steigen, wie ich schon gesagt hatte, pro Jahr 6 bis 7%. Das heißt, ich finde, Aktien gehören grundsätzlich immer in ein Depot und Derivate natürlich auch, vor allem, weil man damit sein Risiko steuern kann. Es ist rein immer eine Frage, wie hoch ist meine Quote und wie ist mein Chancen-Risiko-Verhältnis. Und das ist der Grund, warum ich sage, Sie finden unglaublich viele Aktien, die gut aussehen. Gucken Sie sich auch mal in der zweiten Reihe um, Stichwort Freenet-Garantiedividende. Es gibt eine Menge, Menge Papiere, auch aus dem TechDAX, die jetzt gestutzt sind. Vor drei Monaten hätte ich Ihnen gesagt, eine Nemecheck fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Eine Kränke-Leasing hätte ich vor drei Monaten gesagt, auch nicht mit der Kneifzange. Die gibt es jetzt alle zum Teil 30, 40% günstiger bei extrem funktionierendem Geschäftsmodell. Also, einfach immer gucken, was ist gerade Positives oder Negatives eingepreist. Es gibt auch das umgekehrte Beispiel, warum, also ich würde mir keine Tesla kaufen. Die Aktie ist immer noch sehr, sehr hoch, sehr, sehr teuer bewertet und meiner Meinung nach immer noch eine Hype-Aktie. Muss jeder selber wissen. Aber wie gesagt, ich bin da absolut konstruktiv und die letzten 30 Jahre am Aktienmarkt haben gezeigt, je größer die Nervosität wird, desto attraktiver wird der Einstieg. Ich kaufe sehr ungern, wenn alle mir erzählen, wie toll Aktien sind. Dann werde ich immer sehr, sehr vorsichtig. Da erinnere ich auch nur an den Januar, wie alle erzählt haben, dass der Bitcoin eigentlich das Numplusultra ist. Gucken Sie sich mal heute an, wo der Bitcoin steht. Soviel zum Thema Zyblick. Super, vielen Dank, Herr Saurinz. Das können wir doch als Ihr Schlusswort betrachten. Wunderbar, Herr Heid. Ich würde Sie bitten, auch noch ein kurzes Schlusswort abzugeben und zwar hat Herr Saurinz soeben Tesla erwähnt. Vielleicht haben Sie dazu noch einen Kommentar Ihrerseits. Das wurde nämlich auch oder nach dieser Aktie wurde nämlich auch im Plenum gefragt. Herr Heid. Entschuldigung, gerne. Für Tesla bin ich weiterhin ganz klar skeptisch. Das Unternehmen hat zwar im vergangenen Quartal sowohl einen Gewinn geschrieben, als auch einen operativen Cashflow, also Entschuldigung, einen free Cashflow, einen positiven Cashflow, wie vorhergesagt. Ich denke also, dass die guten Nachrichten sind absolut alle in Tesla drin. Ich denke, das Umfeld für Tesla wird deutlich schwieriger, wenn die Konjunktur schwierig ist. Also ich denke, bei Tesla und so wie Daniel auch sagt, aufgrund der Bewertung, das ist ja völlig überwertet meiner Meinung nach und ich denke mal, dass da die Aktie südlich tendiert. Wenn ich noch zwei Sätze zu zwei, zwei, drei DAX-Werten sagen darf, ist es möglich? Selbstverständlichkeit, gerne. Okay, also ich hatte ja einfach ein paar positive Werte vielleicht nochmal zum Schluss. Ich hatte vorhin gesagt, Telekom, ich denke, könnte man vorstellen, dass es da weiter nach oben geht. Ich könnte man vorstellen, dass es bei den Versorgern, E.ON, RWE noch etwas nach oben geht. Vor dem Hintergrund, die Zahlen waren einigermaßen in Ordnung und sie haben den Ausblick bekräftigt. E.ON will jetzt sogar beim Gewinn den oberen Rand erreichen und vielleicht noch als letzte Aktie in dem Zusammenhang Linde. Linde, auch da ist natürlich die Fantasie, die Fusion oder den Zusammenschluss mit Praxer und dadurch verbessert sich die Marge von Linde deutlich und da könnte die Fantasie noch etwas weitergehen. Allerdings auch da muss man natürlich den Markt ganz genau beobachten. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Heid, für dieses Schlusswort. Was Tesla angeht, haben Sie mit Herrn Saurens nun eine gemeinsame Meinung. Das ist doch schon mal schön. Endlich. Ja, genau, endlich. Es ist nach 19 Uhr und unser Webinar ist am Ende. Bevor wir, also ich bedanke mich natürlich bei Ihnen schon mal alle drei, meine Herren, Herr Saurens, Herr Heid und Herr Bläser. Bevor wir zu einem Experten-Schlusswort von Ihnen, Herr Bläser, noch kommen, möchte ich Sie, verehrte Zuschauer, nur noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar mitgeschnitten wurde und Sie es jederzeit noch einmal anschauen können. Die Webinar-Aufzeichnung finden Sie gleich auf der Startseite von Finanzen.net. Außerdem erhalten Sie im Nachgang dieser Veranstaltung den Mitschnitt auch per E-Mail. Herr Heid, Herr Saurens und Herr Bläser, wie gesagt, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen und die Antworten in der Fragerunde. Herr Bläser, das Fazit gebührt Ihnen, wie bereits angekündigt. Gibt es etwas, dass Sie den Webinar-Teilnehmern in Ihren Abend mitgeben wollen? Natürlich. Also zunächst mal hoffe ich natürlich, dass alle Teilnehmer heute hier was lernen konnten und mitnehmen können. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen natürlich bedanken, auch bei Ihnen, Herr Gentner, und natürlich bei unseren Experten für Ihre Einschätzung. Ich finde es immer sehr schön und erquickend, dass es eben nicht alle ins gleiche Horn blasen, sondern der Herr Heid hier auch seine Meinung eben entsprechend kundtut, die vielleicht konträr sind, auch zu dem von Herrn Saurens. Das finde ich extrem positiv, diesen Diskurs zu haben und ich glaube, man muss immer für sich selber auch einfach sich die Argumentenlage anschauen und eine Entscheidung treffen und die Argumente zusammenfügen. Letztendlich weiß keiner von uns, wo es wirklich lang geht, aber man kann durch Wissen und durch Information sein Chancen-Risiko-Weldnis auch erheblich verbessern und hoffe auch, dass Sie auch mitnehmen konnten, dass es eben mit strukturierten Produkten, mit Zertifikaten, Optionsscheinen auch entsprechende Strategien gibt in schwierigen Marktphasen, in Seitwärtsmarktphasen und eben auch, dass Sie einen echten Mehrwert haben durch das Cashback-Trading, welches ich vorgestellt habe. Danke allen Zuhörern auch sehr herzlich. Danke nochmals den Referenten und wünsche allen einen schönen Abend und wir sehen uns ja auch in kürz, ich glaube in zwei Wochen, dann noch mal wieder zu einem, ja, ich sag mal Jahresabschluss-Webinar und würde mich natürlich freuen, Sie da alle auch noch mal sehr herzlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und schönen Abend. Danke, Herr Bläser, für Ihr Schlusswort und natürlich wäre es schön, wenn wir uns alle hier wiedersehen am 10. Dezember. Was die Experten angeht, wir sehen uns tatsächlich wieder. Liebe Zuschauer, es wäre toll, wenn auch Sie wieder dabei sind am 10. Dezember. Vielleicht hat ja dann einer der Experten seine Meinung an seinen Kollegen angepasst. Wir werden da sehen, wie es ausgeht. Vielen Dank Ihnen allen drei. Vielen Dank für das tolle Webinar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich bedanken. In den kommenden Tagen haben wir weitere Webinare hier bei Finanzen.net und wenn Sie keines dieser Webinare verpassen wollen, dann können Sie unseren Webinar Newsletter abonnieren. Es geht in dieser Woche auch noch mal um Tesla in einem Webinar. Vielleicht haben Sie ja Interesse daran. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen.